Singen, singen ist das, was das Herz erfüllt. Für mich ist Singen eine Raum- und Zeitmaschine zugleich. Okay, ruck mal! Ich bin heute hier, weil für mich Singen ein Grundbedürfnis ist und weil wir alle viel mehr singen sollten. Ich bin heute hier, weil Singen unfassbar viel Spaß macht und das Chorleben und das Chorsingen vor allem in dieser Zeit wieder mehr in den Fokus gerückt werden muss. Ich singe im Chor, weil etwas fehlen würde, wenn ich alleine singen würde. Das Singen ist meine herzlichen Angelegenheit. Durch die Musik komme ich in ganz verschiedene Welten und besonders in der Corona-Zeit ist es so hilfreich, wenn man ein bisschen verreisen kann mit der Musik. Ich bin heute hier, weil das Gemeinschaftsgefühl, das man beim Chorgesang bekommt, unersetzbar ist. Singen, singen ist das, was das Herz erfüllt, was den Körper frei und frisch macht. Mehr wollen wir doch nicht in dieser Zeit. Ich bin heute hier, weil es nicht in dieser Zeit ist. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Feliz Navidad und herzlich willkommen zur Weihnachtsshow des Chorverbands Berlin. Mein Name ist Björn Döring, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie kennen mich vielleicht von der Vettler Musik hier in Berlin, die ich seit zwei Jahren organisieren darf. An der Gitarre begrüßen wir heute Jens Gippardt. Ja, das ist die Weihnachtsshow des Chorverbandes. Wir haben eigentlich, und das ist, glaube ich, der Satz des Jahres 2020, alles anders geplant. Es ist alles anders gekommen. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir hier mit vielen Menschen oder zumindest mit einigen Menschen auf der Bühne sein könnten, dass wir ihnen auch tatsächlich ein bisschen Musik live hier aus dem Astra in Berlin präsentieren könnten. Leider ist seit November das Pandemiegeschehen wieder ein ernsteres und täglich ernster werdendes geworden. Und deshalb haben wir darauf verzichtet, hier auf der Bühne live Musik zu haben, sondern bringen die ihnen dann per Video. Und da wird es dann ganz schöne Videos geben, ganz namhafte Sängerinnen und Sänger, die für Sie Musik machen werden, bringen wir Ihnen nach Hause. Und wir hoffen, dass Sie Spaß haben werden. Es ist unsere Reaktion darauf, wie dieses Jahr sich entwickelt hat. Wir möchten Sie einladen zum Mitsingen, zum Mitmachen. Das ist ein ganz großer Teil dieser Show. Und Sie haben ja im Trailer schon gesehen, im Sommer war das zeitweise mal möglich, nachdem im März zunächst mal das Chorversingen gar nicht mehr möglich war und gar nicht mehr erlaubt war. Da hat der Sommer eine kleine Erleichterung gebracht. Man konnte zumindest draußen wieder zusammenproben, mit Abstand natürlich. Das war für viele sicherlich auch gewöhnungsbedürftig. Aber es war ein Zusammenkommen. Und Zusammenkommen wollen wir hier heute auch zu dieser Weihnachtszeit, die für alle Chöre eigentlich ja das Highlight des Jahres sind. Die Konzerte in Kirchen, in Seelen, auf Weihnachtsmärkten, auf die man lange hinarbeitet, sind ja ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Und es ist sehr, sehr schade, dass es dieses Jahr so nicht stattfinden kann. Man muss sicherlich da wirklich Rücksicht darauf nehmen, dass die Gesundheit an allererster Stelle kommt. Safety first, Gesundheit first ist sicherlich ein ganz wichtiges Motto in diesem Jahr. Darauf zu verzichten fällt sicherlich nicht leicht, aber es ist etwas, was man tun muss und wo sicherlich auch der Chorverband Berlin eine große Sorge trägt. Aber auf der anderen Seite dann eben auch eine ganz große Verantwortung. Und da muss man der Geschäftsstelle und dem Präsidium des Chorverbandes ein großes Lob aussprechen. Es ist sofort was passiert. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, es kann nicht sein, dass man Weihnachten gar nicht singt. Deshalb, wir wollen zusammen singen hier heute in dieser Show. Wir wollen Ihnen auch ein paar Grußworte von Menschen überlegen, übermitteln, denen das Singen ganz stark am Herzen liegt. Das alles dürfen Sie erwarten in den nächsten 45 Minuten hier in der Weihnachtsshow des Chorverbandes. Und wir legen auch gleich los mit der ersten Mitsing-Aktion. Begrüßen Sie Bastian Holze. Die Weihnachtstage sind im vollen Gange und wir sind voll vom Essen und haben das Gefühl, dass wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr träge sind und sehr viel rumgesessen haben und uns irgendwie gar nicht so richtig bewegen wollen. Und davon wollen wir uns jetzt mal alle so ein bisschen wegkommen. Und um von meinem Weihnachtsbauch abzulenken zum Beispiel, habe ich direkt meine Frau neben mich gestellt. Mit einer zweiten Weihnachtskaufel. Und wir wollen euch dazu jetzt ermutigen, euch mal ein bisschen zu bewegen und ein bisschen aus den Sesseln zu kommen und ein bisschen von dem Gefühl von der Weihnachtsträgheit wegzukommen. Indem wir Jingle Bells singen. Jingle Bells ist erstmal was, was uns geistig jetzt noch nicht fordert, aber wir wollen uns dazu bewegen. Und zwar werden wir anfangen mit Bein, Bein, Klatsch. Alles was danach kommt, wir machen das vor. Einfach direkt mitmachen. Und genau. Gebt nicht auf, zieht durch. Zwei, drei, vier. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Okay, jawohl. So, ich habe das Gefühl, die haben zu Hause nicht mitgemacht. Ich finde das jetzt nicht gut, aber damit müssen wir leben. Wir machen das jetzt nochmal. Ich komme gleich nach Hause, ich gucke nach, ob sie mitmachen. Bei Zoom sieht man das immer direkt. Jetzt so sieht man das nicht. Und ihr wiegt euch da in Sicherheit. Das glaube ich jetzt gerade mal so. Also steht ruhig mal auf und macht nochmal mit. Wir machen das jetzt ganz, ganz langsam zum Mitschreiben. Auf geht's. Zwei, drei, vier. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Beim zweiten Mal müssen wir so klatschen, weil wir kein Hey haben. Das ist der Refrain. Jetzt kommen wir zur Strophe. Die fängt ganz, ganz einfach an mit Schnipsen. Also, wir haben Dashing Through the Snow. Auf geht's. Und Dashing Through the Snow. Dann haben wir. Ta-da-do-do. Als Rhythmus. Ta-da-do-do. Nochmal. Und Dashing Through the Snow. Ta-da-do-do. In a one horse open sleigh. Ta-da-do. Over the fields we go. Jetzt kommt Klatschdampf. Laughing all the way. Hells on Bobtail ring. Ta-da-do. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh in something night. Oh, fun fun. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one horse open sleigh. Hey, hey, genau. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one horse open sleigh. Ja, genau so. Meinst du das? Ich habe jetzt ein paar gesehen, die das schon richtig gut gemacht haben. Okay. Und den erstmal Glückwunsch. Die anderen, die habt ja noch ein Jahr Zeit. Weihnachten ist jetzt schon fast vorbei. Nächstes Jahr vor dem Weihnachtsbaum könnt ihr das machen. Doppeltes Tempo und dann auch doppelt so viele Geschenke kriegen. Ist ja auch gut, um sich nochmal bewegt zu haben. Und in dem Sinne, frohe Weihnachtstage noch und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir setzen uns jetzt wieder aufs Sofa. Tschüss. Ganz herzlichen Dank an Bastian Holze, der gezeigt hat, dass die stille Nacht nicht unbedingt still sein muss. Ich hoffe, Sie haben mittlerweile Ihr Zuhause, Ihr Wohnzimmer schon mal in so einen kleinen Übungsraum umgewidmet und haben ordentlich losgelegt, die Stimme geölt und ordentlich mitgemacht bei unserer Mitzing-Show hier vom Chorverband Berlin. Jetzt freue ich mich darauf, Ihnen jemanden begrüßen zu dürfen, der sich seinen Weihnachtsurlaub ganz sicher verdient hat. Das ist der Bürgermeister von Berlin und gleichzeitig Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer. Er hat gekämpft wie kein Zweiter für das Überleben der Kultur, für die Sicherung des kulturellen Erbes, möchte man ja fast sagen. Er hat Programme ins Leben gerufen. Er hat sich stark dafür gemacht, dass es Unterstützung gibt für Solo-Selbstständige, dass es finanzielle Unterstützung gibt, aber auch strukturelle Unterstützung. Klar gab es auch Auseinandersetzungen, klar gab es auch Diskussionen darüber, wann, wann, wo, unter welchen Bedingungen singen darf. Aber er und sein Haus haben sich natürlich auch mit dem Chorverband Berlin zusammengesetzt, haben das Rahmenhygieneprogramm und das Rahmenhygienekonzept entwickelt, Kultur trotz Corona. Das war eine ganz wichtige Grundlage, um dann eben nach den ersten Wochen der Pandemie auch wieder Kultur zu ermöglichen. Und ja, wie gesagt, er darf sich sicherlich ein paar ruhige Tage jetzt über Weihnachten auch gönnen. Aber bevor er das gemacht hat, hat er sich die Zeit genommen, ein Grußwort für uns aufzunehmen. Hier ist Dr. Klaus Lederer. Liebe Freundinnen und Freunde des gemeinsamen Singens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Weihnachtssendung des Chorverbandes. Das Jahr 2020 geht nun langsam zu Ende. Wir haben Weihnachten und hinter uns liegt ein echt hartes Jahr. Seit März hat uns eine Pandemie fest im Griff, die uns massive Einschränkungen abzwingt. Es ist eine Pandemie der Atemwege. Tja, und die Atemwege brauchen wir eben auch, um gemeinsam singen zu können. Aber es sind alle gesellschaftlichen Bereiche getroffen. Die Kultur besonders hart, das lässt sich nicht leugnen. Und viele von Ihnen und viele von Euch haben sich in diesem Jahr gemeinsam Gedanken gemacht, wie geht man mit dieser Situation um, um trotzdem das gemeinsame Singen als gemeinsame Freude zelebrieren zu können. Es wurden Hygienerahmenkonzepte erstellt. Es wurden neue, größere, besser zu belüftende Räume gesucht. Sie haben sich in Innenhöfen oder auch vor zum Beispiel Seniorenfreizeitstätten getroffen, um anderen Menschen Freude zu bringen. All das, all das war ziemlich heftig. Und jetzt ist Weihnachten und die Zahlen, die Ansteckungszahlen, genauso wie die Todeszahlen durch den Covid-Virus sind so groß wie das gesamte Jahr nicht. Ich würde jetzt gerne etwas optimistischer sein. Ich würde jetzt gerne sagen können, bald haben wir es geschafft. Aber leider kann man das so nicht sagen. Die Inzidenzzahlen sind enorm hoch. Und wir wissen nicht, wie lange wir noch diese Anstrengungen ertragen müssen, gemeinsam sehen müssen, wie wir als Gesellschaft die Pandemie im Griff behalten. Es gibt den Hoffnungsschimmer, dass jetzt geimpft werden kann. Es gibt vielleicht irgendwann auch den Hoffnungsschimmer, dass mit Testen einiges mehr möglich ist. Aber wann das genau sein wird, kann ich leider noch nicht sagen. Deswegen an dieser Stelle zum einen mein ganz großes Dankeschön an alle Engagierten, die in dem Jahr das Beste gegeben haben. Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, ein schönes Weihnachtsfest mit den Lieben. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut ins nächste Jahr. Und wir hoffen alle gemeinsam, dass die Vernunft in dieser Gesellschaft und der wissenschaftliche Fortschritt es uns ermöglichen, bald wieder gemeinsam zu singen. Das war der Berliner Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederauer. Und ich finde, man merkt ihm ja jedes Mal an, wenn er redet, wie sehr er nicht nur für Kultur brennt, sondern eben auch für das gemeinschaftliche Singen. Und dafür, dass es auch möglichst schnell dann wieder machbar sein wird, dass man zusammenkommt und miteinander singt. Hoffen wir das Beste. Drücken wir die Daumen. Hoffen wir, dass auch die Zeit jetzt über Weihnachten dazu beiträgt, dass das Pandemiegeschehen einigermaßen zurückgeht. Und ja, wir dann wieder zusammenkommen können zum Singen. Was wir jetzt machen können, ist auf jeden Fall Sie nochmal ganz herzlich einladen, hier jetzt und gleich mitzusingen. Und das ist sozusagen von Dr. Lederer ausgerollt der rote Teppich für Bastian Holze und die nächste Mitsingenaktion. Es ist doch immer wieder schön, wenn man Weihnachten zusammensetzt und gemeinsam Weihnachtslieder singen kann. Dieses Jahr ist das ein bisschen schwierig. Ich meine, dass man Weihnachten zusammensetzt, fällt mir gerade ein, ist ja auch irgendwie logisch, wenn man Weihnachtslieder singt. Im Sommer macht man das so selten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass es vielleicht in diesem Jahr schwierig ist, unter den fünf Leuten, mit denen man Weihnachten feiert, die dabei zu haben, die gerne mit einem Weihnachtslieder singen wollen. Dabei ist gerade dieses Zusammensingen und die Mehrstimmigkeit irgendwie für mich das, was Weihnachten ausmacht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute hier meine Frau mit mir am Flügel steht und wir heute jetzt hier gemeinsam ein Weihnachtslied singen dürfen für die Weihnachtsshow vom Chorverband, nämlich Stille Nacht, Heilige Nacht. In einer Version zusammen mit Night of Silence, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, was aber sehr gut dazu passt und auch dafür geschrieben wurde. Und wer möchte, darf zu Hause gerne mitsingen. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar, holde Knabe in lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, we tremble in shadows, this cold and less light. Frozen in the snow lie roses sleeping, flowers that will echo the sunrise. Fire of hope is our only warmth, weary its flame will be dying soon. Still in the distance, call me in the night, on wind and fall as you speak of the night. Gentle on the hear you whisper softly, rumours of the dawns of embracing. Breathless light awaits darkened souls, soon will we know of the morning. Spirit among us, shine like a star, your light that guides shepherds and kings from afar. Shimmer in the sky so empty, lonely, rising in the warmth of your sun's love. Star on knowing of night and day. Spirit, we wait for your loving sun. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Petra Merkel, die Präsidentin des Chorverbands Berlin. Frau Merkel, frohe Weihnachten. Wie haben Sie Weihnachten bisher gefeiert? Ja, immer mit Familie, mit vielen Freundinnen und Freunden. Das wird in diesem Jahr ein bisschen anders laufen. Wie werden Sie dieses Jahr feiern? Heiligabend werde ich erstmal eine halbe Stunde zu meiner Mutter ins Pflegeheim gehen. Und dann habe ich die Freundinnen, mit denen ich sonst immer Heiligabend feiere, mit Raclette und alle um einen großen Tisch rum, denen habe ich ein kleines Päckchen geschickt und mit denen übe ich gerade, wie man zoomt. Und wir werden uns zusammen zoomen, die Päckchen auspacken und vielleicht das eine oder andere Video noch einspielen über ein Chor oder über Loriot oder was auch immer. Man findet noch einiges und wir werden uns einfach so zusammenschalten. Und am ersten Feiertag werde ich mich mit meinen Enkelkindern und meinen beiden Töchtern treffen beim Spazierengehen durch den Park und werden da Bescherung machen. Also ein bisschen anders, aber es geht. Aber die Digitalisierung hilft auch an der Stelle dann zumindest die Familie ein bisschen näher zusammenzubringen. Wenn Sie jetzt zurückgucken auf dieses Jahr 2020, das ja für uns alle eine riesen Herausforderung war. Worauf sind Sie da in Bezug auf den Chorverband, aber auch auf Ihren eigenen Chor, den Begegnungskor am meisten stolz? Auf den Chorverband bin ich besonders stolz, weil wir haben das erste Mal eigentlich nicht mehr diesen Legitimationszwang. Wozu braucht man eigentlich einen Chorverband? Haben ja doch immer wieder einige Chöre gefragt und wir haben diesmal bewiesen, wozu man einen Chorverband braucht. Wir sind praktisch die Lobbyisten für das Singen in der Stadt und wir haben uns in einer bestimmten Phase eingeschaltet, als wir gemerkt haben, da läuft was total schief. Die Frage, singen ist tödlich oder singen ist gefährlich, hat uns alle unglaublich bestürzt und verunsichert. Und viele haben gesagt, das geht doch gar nicht. Was machen die denn da oben in der Politik? Und wir wollten nicht, dass die Entscheidungen treffen, die gegen unsere Gesundheit gehen, aber dass man gucken muss, auf welche Art und Weise man denn singen kann, mit welchen Regeln man denn singen kann. Das konnten wir richtig gut durchsetzen. Und da haben wir uns auseinandergesetzt, erst auf Angriff gefahren und dann auseinandergesetzt und wir haben geschafft, dass wir dieses Kultur trotz Corona des Kultursenators für diesen Bereich gemeinsames Singen erweitern konnten. Das ist mit Sicherheit auch eine riesengroße Leistung und ja tatsächlich auch was, worauf dann mittlerweile das gesamte Kulturleben aufbauen konnte, denn dieses Rahmenhygienekonzept war ja etwas, was dann eben wirklich allgemein gültig war und was eben auch Kultur wieder möglich gemacht hat. Auch im Sommer natürlich für die Chöre dann wieder zusammen singen, auch wenn es sicherlich ungewohnt war, dann Open Air und mit großem Abstand zueinander singen zu müssen. Aber es war zumindest dann wieder etwas, wo man enger zusammenkommen konnte. Das ist seit November nicht mehr möglich, seit dem zweiten Lockdown, der jetzt tatsächlich auch nochmal verschärft wurde über Weihnachten und so, wie wir es befürchten müssen, dann tatsächlich bis ins neue Jahr hinein. Frau Merkel, das Thema Digitalisierung war ja ein ganz großes in diesem Jahr und an manchen Stellen hat es nicht besonders gut geklappt, wie in den Berliner Schulen. Aber Sie haben sowohl mit Ihrem eigenen Chor als auch mit dem Chorverband Berlin sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Welche Erfahrungen haben Ihnen wirklich weitergeholfen, um Menschen zusammenzubringen mit der Digitalisierung? Na, wir hatten erstmal dieses Mentorenprogramm, wo Chorleiter und Chorleiterinnen sich gegenseitig fit gemacht haben praktisch. Erstmal damit versucht haben zu zeigen, dass man wirklich das gemeinsame Singen über eine völlig andere Art organisieren kann. Solange es nicht möglich ist, dass wirklich alle zusammen an verschiedenen Orten ohne zeitliche Verzögerung singen können, ist das immer ein Vehikel. Aber es hält einfach Chöre zusammen. Wir haben auch gemerkt, dass das nicht unbedingt eine Frage des Alters ist. Es gab manchmal Anfragen, wo ältere Chöre gesagt haben, wir wollen da mitmachen, aber unser Chorleiter ist nicht so richtig davon überzeugt. Also es waren sehr unterschiedliche Parts, die wir hatten und das war gut. Ich glaube auch, das Digitalisieren wird weiterhin einen Schwerpunkt haben, weil wir werden natürlich als Chöre es brauchen, dass wir innerhalb des Netzes sichtbarer werden. Jetzt völlig unabhängig von der Frage Corona, wir müssen Werbung für uns machen, wir müssen nach außen zeigen, was wir singen, wie wir singen, mit welcher Leidenschaft wir singen und was wir gemeinsam erreichen. Und diese Digitalisierung ermöglicht uns einfach in dieser Richtung unglaublich viel. Und trotzdem wissen wir, dass das nicht das Gleiche ist, als wenn man wirklich gemeinsam in einem Raum singt, einander hört, zu wissen, wer wann welche Einsätze gemeinsam bringt. Das ist schon super als Chor. Und dieses soziale Miteinander ist da ja noch gar nicht irgendwie mit aufgeführt. Das gehört ja auch zum Chor dazu. Das hat ja ein eigenes Leben, dieses Chorleben. Das ist ja auch etwas gemeinsam erleben, etwas gemeinsam erarbeiten und gemeinsam auf die Bühne bringen und vor das Publikum bringen. Das ist doch super. Das macht uns doch alle die Freude. Das auf jeden Fall. Und wir sind ja jetzt gerade so in diesen letzten Tagen des Jahres und das sind ja immer auch die Tage der Wünsche, der guten Wünsche, manchmal auch der frommen Wünsche. Was persönlich wünschen Sie sich für sich selbst, aber eben auch für den Chorverband Berlin für das Jahr 2021? Na, ich glaube, für mich selbst und für meine ganzen, meine Familie, für meine Freunde wünsche ich uns, dass wir alle gesund bleiben. Und was wünsche ich mir für den Chorverband für 2021, dass es uns einfach gelingt, trotz Corona, das wird uns ja nicht so sehr schnell verlassen, dass wir Wege finden, wie wir miteinander singen und wie wir miteinander die Chöre aufrechterhalten. Und wie wir vielleicht auch Chöre, die sagen, oh nee, jetzt haben wir so lange nicht gesungen als Sängerin und Sänger, jetzt geben wir auf, wie wir sie vielleicht davon abhalten können und sagen können, wir schaffen es wieder gemeinsam, dass ihr auch weiter singen könnt. Also gerade diejenigen, die lange Zeit miteinander gesungen haben, sind jetzt vielleicht entmutigt und denen Mut zu machen und zu sagen, hier, wir geben Instrumente in die Hand, wir unterstützen euch dabei, dass es wieder gelingt, dass ihr zusammenkommt. Das wäre einfach unsere Aufgabe für das nächste Jahr. Wir müssen Formate schaffen, wo wir diejenigen, die aussteigen wollen, daran hindern, uns vielleicht doch eher wieder dazuzukommen zum Chorverband und zum gemeinsamen Singen. Und wir müssen einfach auch neue Leute gewinnen fürs Singen, weil das ist unsere Aufgabe. Denn Singen macht einfach Spaß, macht froh und glücklich. Ich wollte gerade sagen, und glücklich vor allen Dingen. Und bei der Aufgabe, da drücke ich Ihnen alle Daumen, die ich zur Verfügung habe und noch ein paar mehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft, viel Erfolg und ein paar ruhige Tage jetzt in dieser Weihnachtszeit und dann eben auch wirklich einen guten Start in dieses Jahr 2021. Petra Merkel, vielen Dank, Präsidentin des Chorverbandes Berlin. Tschüss. Danke, alles Gute für Sie. Tschüss. Zu Gast habe ich jetzt Thomas Hennig, der ist nicht nur Vizepräsident des Chorverbandes Berlin, sondern er ist auch sehr aktiv als Chorleiter. Von gleich mehreren Chören. Hallo Herr Hennig, frohe Weihnachten. Hallo Herr Löhring, ebenso frohe Weihnachten. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und das Jahr hat nicht allzu sehr auf Ihnen gelastet. Aber ich denke mir schon, dass man als Chorleiter natürlich eine extreme Verantwortung hat. Seit März noch mehr als wahrscheinlich vorher schon, darin überhaupt einen Chor dann auch tatsächlich beisammen zu halten, wenn man nicht proben kann. Das ist wohl wahr. Also ich bin wohl auf, ich bin gesund, aber das Jahr lastet sehr, sehr schwer auf mir, muss ich sagen. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es uns allen schlecht geht. Das ist auf der einen Seite möglicherweise ein Trost, weil wir halt solidarisch sind mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber es lastet auf uns allen, auf meinen Kolleginnen und Kollegen, den Dirigenten und Chorleitern insbesondere die Verantwortung, die wir für unsere Chöre in diesem Jahr tragen mussten und auch sicherlich im nächsten Jahr noch weiterhin tragen werden. Frau Merkel hat es ja gerade eben schon im Gespräch angedeutet, es gab dieses schreckliche Wort vom Singen, das angeblich tötet. Aber es ist ja nicht das Singen, sondern es ist das Virus, das tötet. War das für Sie auch nochmal eine schwere Aufgabe, ein Kampf in der Öffentlichkeit, das aus den Köpfen der Leute wieder rauszubekommen, dass eben nicht das Singen gefährlich ist, sondern die Krankheit? Na, das wird es erst noch werden. Ich denke, dass diese schwere Stigmatisierung, die wir in diesem Jahr erlitten haben, wird noch nicht so schnell aus den Köpfen wieder raus sein. Es hat eigentlich noch gar nicht richtig begonnen. Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr noch richtig viel mit zu tun haben, dass wir deutlich machen, dass das Singen überhaupt gar keine Gefahr an sich darstellt, sondern dass die damit verbundene Auswirkung, der Ausstoß, die Emissionen der Aerosole das eigentliche Thema sind und dass das, was in den Aerosolen steckt, nämlich eben halt das Virus, das tückische und gefährliche ist. Wir haben früher immer davon gesprochen, wie gesund das Coursing sein soll. Ja, das Coursing ist gesund und es ist auch nicht schädlich und das, was wir arbeiten, ist auch nicht schädlich. Das, was schädlich ist, sind die Begleitumstände. Über diese Begleitumstände haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht im jetzt vergehenden Jahr, wie wir das in den Griff kriegen können mit Hygieneschutzmaßnahmen und Konzepten mehrerer Art. Und ich glaube, das werden wir im nächsten Jahr fortsetzen, müssen aber einen gesellschaftlichen Prozess anstoßen, der da heißt, wie können wir wieder in die Mitte der Gesellschaft mit unseren Chören, denn unsere Chöre sind eine große Gruppe, das sind nicht wenige, die sich da verbunden fühlen, mit vielen verschiedenen Chören, nicht nur in Berlin, sondern über die ganze Welt verteilt. Wie haben Sie jetzt mit Ihren Chören gearbeitet? Ich kann mir vorstellen, dass es nach dieser Herausforderung des ersten Lockdowns dann von März bis in den Sommer hinein, bis man dann tatsächlich zumindest Open Air und mit großem Abstand wieder miteinander singen konnte, dass das schon eine große Herausforderung war. Aber jetzt mit dem zweiten Lockdown und dem damit verbundenen Verzicht dann tatsächlich auch auf alle Weihnachtskonzerte, die ja bei allen Chören wahrscheinlich das große Jahreshighlight sind, dass da nochmal ein besonders schwerer Rückschlag kam. Wie war das bei Ihnen in der praktischen Arbeit mit Ihren Chören? Ja, also wir sind von einem Trauma zum nächsten gestolpert, das ist schon so. Wir haben alle Varianten ausprobiert, die es so in dieser Zeit, in diesem letzten Jahr gegeben hat. Also wir haben digital gearbeitet, ich habe digitale Chorproben angeboten, wir haben uns auf Zoom getroffen, beziehungsweise im Internet, in den Internetplattformen. Wir haben uns im Freien verabredet und haben im Freien geprobt. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil auch dort ja die Abstände eingehalten werden mussten und ein Chor dann auch gar nicht zusammenwächst, sich nicht hören kann, ein Klang sich draußen gar nicht entwickeln kann. Wir haben angefangen, unsere Arbeit, uns langsam wieder an unsere Arbeit heranzutasten. Und dann haben wir eben mit ausgefeilten Hygienekonzepten, die wir ja zusammen mit Wissenschaftlern der Charité entwickelt haben, denen wir unendlich dankbar sind für das vergangene Jahr, also vielen Spezialisten in der Charité, denen wir sehr, sehr dankbar sind, mit denen gemeinsam uns den Verbänden und natürlich dem Berliner Senat zusammen dieses Hygienekonzept erarbeitet. Der Senat hat uns an dieser Stelle auch sehr unterstützt. Auch dahin geht jetzt mein Dank ganz besonders. Das sind schwierige Zeiten und so ein Trauma geht eben halt auch nicht spurlos an einen vorüber. Wir mussten dann eben ab 1. Januar, ab 1. November wieder in einen Lockdown ziehen, also wieder alles zurückfahren, wieder neue Ideen sammeln. Wissen Sie, das war in diesem Jahr wie ein schwarzes Loch, in dem alle Ideen, alle Pläne verpufft sind, verschwunden sind und verpufft sind. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Aber wenn wir jetzt den Kopf zumindest einmal drehen und ins nächste Jahr schauen, 2021, jetzt die Jahresendzeit ist ja auch die Zeit der Wünsche. Was ist Ihr größter Wunsch für das Jahr 2021? Mein größter Wunsch ist, dass wir innerhalb des nächsten Jahres es wieder schaffen werden, uns nicht nur zu versammeln und gemeinsam zu singen, gemeinsam Klänge zu erarbeiten und so einen Klang wieder zu finden, sondern halt auch so nach und nach die Umstände, unter denen wir überhaupt arbeiten können, wenn wir denn zusammen singen wollen, also mit Luftreinigern, mit riesigen Abständen, mit Masken zum Teil und so weiter, dass wir davon schrittweise wieder in die Situation kommen, dass wir uns als Chor wieder verstehen, als Chor empfinden, als Chor hören werden. Das ist mein allergrößter Wunsch für das nächste Jahr, dass ich das stückweise wieder aufbauen möge und dass wir nicht die Letzten sind, die wieder an den Start dürfen, wie es beim ersten Lockdown war. Thomas Hennig, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das nächste Jahr und weiter eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Danke, ich wünsche Ihnen das auch. Mir ist jetzt erst klar geworden, wie wichtig live gemachte Musik wirklich in unserem Leben ist. Wahrscheinlich für jetzt sehr, sehr viele auf dieser Erde. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön und alles Gute für Sie. Tschüss. Hallo ihr Lieben, wir sind Klangbezirk aus Berlin und wir freuen uns, für euch ein kleines winterliches Weihnachtslied zu singen. Es geht um Schnee, das heißt, man kann es auch noch nach Silvester singen. Wenn ihr Lust habt, macht einfach mit. Es ist Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow Let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for poppin' The lights are turned way down low Let it snow Let it snow Let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm It doesn't show signs of stopping It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for poppin' The lights are turned way down low Let it snow Let it snow Let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye'ing But as long as you love me so Let it snow It snow Let it snow Fröhliche Weihnachten Das war der Klangbezirk Und jetzt freue ich mich auf zwei Die tatsächlich den Laden Im wahrsten Sinne des Wortes Am Laufen gehalten haben Am Leben gehalten haben Auch aus der Geschäftsstelle Des Chorverbandes Berlin Gerhard Schwab Den Geschäftsführer Und Maiko Köhler Der für die Projekte Und für die Kommunikation Zuständig ist Ich war in den letzten Wochen Ja in der Vorbereitung auf diese Show Sehr viel mit ihnen Kontakt Auch das ganze Jahr über Und kann sagen Dass das wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit war Was die alles gewuppt haben Es stand ja jetzt auch noch Der Umzug der Geschäftsstelle an Aber eben auch wirklich Die ganzen Gespräche Mit den vielen Menschen Im Chorverband Mit den Mitgliedern Aber auch mit der Politik natürlich Mit der Frage Wie man weitermachen kann Wie man dann tatsächlich Auch ein Rahmenhygienekonzept entwickeln kann All das ist durch die Geschäftsstelle gelaufen Und was man wirklich sagen muss Die beiden haben ihre gute Laune nie verloren Haben auch diesen Ansatz nie verloren Menschen motivieren zu wollen Und wie gesagt Den Laden zusammenhalten zu wollen Und das ist glaube ich In diesem Jahr Eine ganz besondere Qualität Und da freuen wir uns natürlich drauf Und ich habe das immer wieder mitbekommen Diese ganzen Gespräche Mit dem Präsidium natürlich auch Aber auch mit den vielen Chören Den Chorleiterinnen Das hat glaube ich Auch eine Kraft gezehrt Und umso bemerkenswerter Dass die beiden Immer noch am Ball sind Tja Und jetzt übergebe ich natürlich An Gerhard Schwab Und Maiko Köhler Und die beiden erzählen Aus ihrer Perspektive Wie dieses Jahr gelaufen ist Und was für 2021 ansteht Was für ein Jahr Da dachten wir schon Wir haben alles überstanden Nachdem wir den Trojaner Besiegt hatten Und dann das Corona Ein Name Der uns ein bisschen verfolgen wird Aber kurz natürlich Wollen wir nochmal zurückstreifen Was ist eigentlich Das ganze Jahr über passiert Und wir haben begonnen Natürlich üblicherweise Im Chorverband Berlin Mit der großen Reihe Der Sonnachkonzertreihe In der Berliner Philharmonie Und wir haben es geschafft Zwei tolle Konzerte Präsentieren zu können Das waren Der größten Lieber aber Bedarf Ist die Erde Und das Kontrastprogramm Musikalische Begegnung Zwischen gestern und heute Und das waren wunderbare Konzerte Leider die Einzigen In dieser Reihe Mehr haben wir leider nicht geschafft Denn dann kam Corona Wir singen daran heute nicht Der Lockdown Genau Der Lockdown führte ja dazu Dass viele Chöre Beziehungsweise alle Chöre Gar nicht mehr proben durften Nicht drinnen Nicht draußen Das mit dem Draußen Kam ja erst viel, viel später Aufgrund von Ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern Und Verbänden Dass Chöre Die Möglichkeit hatten Wenigstens dann draußen Proben zu können Und ihre Gemeinschaftliche Singen Weiter voranbringen zu können Daraufhin kam die Aktion Macht Chören den Hof Zustande Eine Aktion Wo wir Unternehmen Aufforderten Ihre Plätze Die sie möglicherweise Nicht nutzen Zu der Jahreszeit Oder generell Zu diesen Abendlichen Zeitstunden Für Chöre Zur Verfügung zu stellen Und da haben sich Eine ganze Menge gemeldet Dafür nochmal Vielen, vielen herzlichen Dank Unter anderem Einer der Großveranstalter Sage ich mal Die Die Chören Platz Es gab Den Montbijou Park Das Theater Im Montbijou Park Das Den leerstehenden Platz Den nicht Bespielbaren Platz Zur Verfügung gestellt Das war wunderbar Dankeschön Die Leute blieben ja Einfach stehen Und haben dann zugehört Das war wirklich toll Und wir haben weitergemacht Und was kam dann Es kam Der Tag der Deutschen Einheit Wo wir gar nicht genau wussten Können wir überhaupt was durchführen Unter den jetzigen Schwierigen Bedingungen Aber in Zusammenarbeit Mit der Berliner Domkantorei Kam die Idee auf Dass wir vor Ort Vor dem Berliner Dom Gemeinsam mit der Berliner Domkantorei Die natürlich schwer getroffen war Durch Corona Es waren sehr viele erkrankt Haben wir gesagt Klar, wir machen gemeinschaftlich Dort ein Tolles Konzert Und laden unsere Sängerinnen Und Sänger dazu ein Und es war Eine Stunde lang Wohlgenuss Nicht nur Vor dem Berliner Dom Sondern auch Im gesamten Lustgarten Blieben die Leute stehen Sangen mit Und es war Eine wunderbare Atmosphäre Ich habe persönlich Mit einem jungen Mann Sprechen können Der sagt Er konnte die ganze Woche Schon nicht schlafen Und hat sich so sehr Auf dieses Singen gefreut Und das zeigt einfach Die Leute brennen dafür Die Leute brauchen das Es gehört Zu ihrem Leben dazu Es macht gesund Es macht glücklich Weil wir wissen ja genau Nur das Virus macht krank Und nicht das Singen Das Singen Macht ein strahlendes Lächeln Das hat man auch wirklich gemerkt Das hat man wirklich gemerkt Aufgrund der langen Zeit Wo keine Konzerte Auch stattfinden durften Den ganzen Sommer Übernicht Konnte man zwar draußen proben Aber keine Konzerte Durften stattfinden War auch gar nicht die Möglichkeit Die Chöre hatten ja Keine Möglichkeit zu proben vorher Und Konzerte vorzubereiten Aber wie sehr sich die Leute Darauf gefreut haben Endlich wieder Gemeinschaftlich singen zu dürfen Das war unglaublich Schöne Atmosphäre Tatsächlich Auch die Chorleiter Sind natürlich Tief getroffen Oder hart getroffen Von den ganzen Maßnahmen Die natürlich Zurecht stattgefunden haben Und Beschränkungen Die eingehalten werden Müssten Mussten und müssen Damit wir weiterhin gesund Durchs Leben gehen können Aber auch die Weiterbildung Gerade für Chorleiter Und Chorleiterinnen Sind auch eingeschränkt gewesen Und wir haben Tatsächlich mit dem Chorleiter Seminar Und dem Chorleiter Tag Eine kleine Neuerung Eingeführt Und zwar bewusst Einen Kurs gewählt Im Chorleitungsseminar Der auf das digitale Proben Hinweist Und wie man dort Möglicherweise Eine gute Probe Vorbereiten kann Wie man technisch Auf einem Sehr guten Stand ist Damit man Eine Für die Zuhörenden Man kann ja leider Noch nicht gemeinsam singen Über die Videokonferenzsysteme Für die Zuhörenden Eine Gute Spannende Probe gestalten kann Das war Sehr sehr spannend Mitzuverfolgen Und natürlich haben wir Den Sonst sieben Kursen Eine Möglichkeit gegeben Eine kleine Pause zu machen Und haben nur zwei Kurse Davon In dieses Programm Für dieses Jahr genommen Dass auch da die Möglichkeit besteht Dass Leute zwar daran Teilnehmen dürfen Und können Aber nicht zu viel So dass wir Die Abstand- und Hygieneregeln Dort einhalten können Wir hatten Noch den Grundlagen Der Chorleitungskurs Der besonders für Anfänger Natürlich Eine Ja Ich sag mal Eine Voraussetzung ist Um überhaupt Vor einem Chor zu stehen Hier lernt man Welche Schlagbilder Für sich zu entdecken Digitale Art Image Film gedreht Gedreht Was auch auf unserer Website Und auf unserem YouTube-Kanal Zu sehen ist Weltweit natürlich Schon die Leute Gesehen und gehört haben Und das zeigt nochmal Wie begeisternd Singend ist Und wie man wirklich Mit wenig Mitteln Innerhalb kürzester Zeit Menschen Die sich nicht kennen Zu einem Chor formen kann Und die alle Spaß Miteinander haben Und ein Feeling rüberbringen Und dieses Feeling Das zeigt das eigentlich Was es bedeutet Gemeinschaftlich Musik zu machen Es sind ja alles Keine Solisten Es sind Chorsängerinnen und Sänger Und denen macht es Gemeinschaftlich Spaß Zu singen Und das sieht man Und das ist Ganz wichtig Dass wir das bald 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 wieder bekommen können Um gemeinschaftlich Wieder zur Probe gehen zu können Und musizieren zu können Weil es fehlt uns allen Das haben die Zuschauer Ja auch am Anfang schon gesehen Diese Bilder Und diese Texte Die dort gesprochen worden sind Ganz am Anfang der Sendung Das war von dem Backstage Dreh sozusagen Von diesem Image Film Und ganz am Ende dieser Sendung Dieser kleinen Weihnachtsshow Kann man auch nochmal Den gesamten Film nochmal sehen Genau im Zuge dieser Öffentlichkeitsarbeit Dachten wir uns auch Okay, wie können wir Leute Chorsänger, Sängerinnen Oder generell alle Musikinteressierten Wie können wir die zu Hause erreichen Wenn sie nicht zur Chorprobe gehen können Und da kam uns eine Idee Vielleicht gehen wir zu denen nach Hause Wir setzen uns mit denen zusammen Aufs Sofa Geht leider nicht persönlich Aber dann doch In digitaler Art Wir finden Künstler und Künstlerinnen Der Chor- und A Cappella-Szene Die mit Musik Groß geworden sind Die einen gewissen Namen haben Und die das Potenzial haben Mich, uns und die Zuschauer zu Hause Zu begeistern und mitzunehmen Dass man gemeinsam singen kann Wenn auch nicht in Person Aber schon dann vom Bildschirm So kam das Format Sing mit Ins Leben Dass wir auf YouTube Auf unserem YouTube-Kanal In den letzten fünf Wochen Sechs Wochen Ich weiß gar nicht Es sind sechs Wochen gewesen Als Livestream Produziert haben Unter anderem Waren mit dabei Klangbezirk Das war in der letzten Ausgabe Es war Jocelyn B. Smith Die großartige Sängerin Es war Hartmut und die Hitmaschine Zwei Männer Zwei Menschen Zwei Männer Die in jeweils anderen Formationen Noch viel bekannter sind Als in dieser Formation Der eine singt bei Maybe Bob Der andere bei On Air Marc Sicara Musste leider Absagen Seine Folge Aufgrund von Krankheit Das holen wir jetzt Im Januar nach Genauso wie die Folge Mit Carsten Albrecht Der eine kleine Wissensreise Starten wird Mit Gesang Durch die Jahrhunderte Es ist auf jeden Fall Ein sehr sehr spannendes Format Und ich freue mich sehr Dass auch diese Herausforderung Eines Livestreams Die neu in mein persönliches Leben Getreten sind Dass wir die auch Mit kleinen Tücken am Anfang Doch ganz gut hinbekommen haben Es ist sehr sehr spannend Das zuzugucken Die Folgen Die bisher gelaufen sind Kann man auch immer noch Auf unserem YouTube-Kanal nach Sehen, nachhören Und natürlich mitmachen Im Januar glaube ich Geht es weiter schon Am 8. Januar Mit Carsten Gerlitz Auch ein großer Name Da freue ich mich sehr drauf Wunderbar Und wenn Sie jetzt denken Wir sitzen alle Zusammen Das ist falsch Wir sind ja in der Geschäftsführung Quatsch Wir sind ja in der Geschäftsstelle Und ich sitze eigentlich Auf ganz vielen Koffern, Paketen, Kisten Hab mich natürlich Total jetzt weihnachtlich Rausgeputzt Damit wir heute Diese Show gestalten können Weil wir ziehen um Wir ziehen nämlich In das neue Zentrum Das deutsche Chorzentrum Und der Berliner Chorverband Ist natürlich mit dabei Das wird im Januar passieren Und wir freuen uns sehr drauf Denken aber Dass wir die ersten zwei Wochen Deswegen auch nicht ganz Erreichbar sein werden Aber wir werden Mit vollem Elan starten Und das Jahr 2021 Wird ein besonderes Jahr werden Weil wir werden Alles wieder entdecken Werden wieder Spaß haben Miteinander Werden singen können Singen dürfen Und wir werden gesund bleiben Und wir wünschen auf jeden Fall Allen hier Die jetzt zuschauen Eine frohe Besinnliche Weihnachtszeit Achten Sie auf sich Und bleiben gesund In diesem Sinne Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Ich möchte nochmal betonen Das ist kein Symbolbild Was wir auf der Bühne haben Da ist nämlich ein zahnloser Eisbär Die beiden Die Sie gerade gesehen haben Gerd Schwab und Maiko Köhler Die haben nämlich gekämpft Wie die Löwen Und zwar mit ordentlich Gebiss dahinter Damit es weitergehen kann Mit dem Chor singen Mit dem Chorverband Berlin Vielen Dank an die beiden Auch von mir persönlich nochmal Ich hatte das Vergnügen Mit den beiden In diesem Jahr Viel zusammenarbeiten zu können Ganz herzliches Dankeschön Lass du mitと思います Ja das ist ein Zahn accesses Wie dieznische Weihnachten odie Lass deine Wir sind sein Ein kaltes, 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 Jezus und Maria. Zahau, die johannin, Josen, kaltes, 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 kalt Unsere Chormusik öffnet die Herzen, gerade in der Weihnachtszeit. Deswegen kann jeder von uns nachvollziehen, wie schwierig diese Monate der Pandemie für uns alle sind. Aber die Bedeutung von Kultur wird wachsen. Und das Bewusstsein für das gemeinsame Musizieren wird immer mehr Anhänger finden. Und ich finde, wir können auch darauf stolz sein, dass der Deutsche Chorverband mit seinen Chören sehr kreativ war in den letzten Monaten. Auch im digitalen Bereich sogar ausgezeichnet worden ist vom Publikumspreis im ZDF beim Opus Klassik. Und eines weiß ich ganz genau. Nach der Pandemie wird mit besonderem Enthusiasmus gemeinsam gesungen. wird es Zulauf, neuen Zulauf zu unseren Chören geben und man wird feiern danach, dass wir wieder gemeinsam singen, proben und auftreten können. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Adventszeit und diese Hoffnung, den Optimismus und die Zuversicht in eine gute Zukunft der Chormusik in Deutschland. Sie haben ihn bestimmt erkannt, das war Christian Wulff, der Bundespräsident AD und immer noch aktive und sehr aktive Präsident des Deutschen Chorverbandes. Er hat ja nochmal betont, wie wichtig im Moment die digitalen Angebote sind, damit der Kontakt nicht abreißt und wir alle tatsächlich noch miteinander singen und musizieren können. Aber insgesamt dürfen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Wir alle wollen natürlich auch, dass wieder was passiert, dass wir auf Bühnen stehen können, dass wir Musik machen können, im Chor miteinander, dass wir singen können. Und dieser Stelle, wir sind ja fast schon am Ende unserer Sendung, ist es mir nochmal ganz wichtig, auch auf die Künstlerinnen und Künstler hinzuweisen, die ihr Leben damit verdienen. Die tatsächlich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie auf Bühnen stehen, dass Menschen kommen und Eintrittskarten kaufen, dass Menschen ihre Platten kaufen und dass es Festivals gibt, auf denen diese Künstlerinnen und Künstler auftreten können. Dafür drücken wir allen die Daumen, dass es wieder stattfinden kann, dass wir die Pandemie gemeinsam überwinden, dass wir diese furchtbare Krankheit, die sich weltweit ausgebreitet hat, tatsächlich gemeinsam besiegen. Und dass es im nächsten Jahr 2021 dann wieder eine Zukunft gibt mit Musik, die wir alle gemeinsam live erleben dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ganz schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und gehen Sie das Jahr 2021 mit viel Mut und viel Liebe und viel Respekt für Ihre Mitmenschen an. Vielen Dank. Und jetzt begrüßen wir beispielhaft für all diese Künstlerinnen und Künstler eine, die es tatsächlich auch nicht leicht hat in diesem Jahr. Sie hat ein neues Album veröffentlicht, hat große Konzerte eigentlich im Spielplan gehabt, die alle abgesagt werden mussten. Aber auch sie hat ihre Kraft nie verloren, ihre Zuversicht für die Zukunft. Hier ist Jocelyn B. Smith. Christum Jesu, den Loben schau'n. 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 Amen. From lands that see the sun arise, to earth's remotest bounder place, Today the virgin born we sing, the Son of Mary, Christ the King. Amen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.